Es besteht aus einem Totum, dessen Durchgang mit einem abgesenkten Gewölbe überdacht ist. Die dem Platz zugewandte Fassade knüpft an die des Gebäudes Nummer 2 an und hebt eine kleine Nische hervor, die San Francisco gewidmet ist. Im Gegensatz zur Robustheit den Fassade außerhalb der Mauern öffnet sich der Durchgang mit einem Halbkreisbogen, der das von drei Schießschatten durchbrochene Quaderwerk dominiert. Dieses alte Mauerte wurde durch eine natürliche Barriere, unseren Fluss Mora, geschützt.